Ich höre es. Es geht um Rolf Metzger. Haben in Metzgers Wohnung eindeutige Blut- und Kampfspuren gefunden. Aber keine Leichen. Alle Arten zur Berichterstattung. Süden negativ. Norden negativ. Osten negativ. Ihr seid also Richtung Westen und bergauf gegangen. Ihre Struktur scheint eher der einer Sekte zu entsprechen. Mit eindeutig rassistischen Demenzen. Das Camp. Das ist nur das erste von vielen anderen. Er hat gesagt, da gibt's eine Liste mit Leuten, die dieser Extremistengruppe Geld überwiesen haben. Der Name steht hier auch drauf. Sie stehen auch drauf. Und jetzt? Das war's. Wir sitzen davon. Wenn ich nicht so entspannt dran hätte, mich zu jagen. Cheese! Überall im ganzen Land sollen neue Caps entstehen. Nazis!